Eine schaurige Fahrt. Eines der letzten Festler im Sommer ist ja das Hofer Volksfest. Ist aber auch das größte in der Region, wo die Gunther und der Karl-Heinz mit ihren knapp 70 jedes Jahr hingehen. Zuerst die Fahrerei und dann nun wieder ins Bierzelt. Das ist schon seit Jahrzehnten ihr Plan. Beim Rundgang sind sie dann gleich ins Riesenrad. Da kann man über ganz Hof schauen. Wunderbar. Das ist jedes Jahr wieder so schön. Und danach meint der Karl-Heinz, dass sie in die Geisterbahn gehen. Die Gunther hat ein bisschen gezichert. Mensch Karl, meinst du, das ist noch was für uns? Nicht, dass wir uns da so erschrecken. Weißt du schon, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Da sagt der Karl-Heinz, komm Schneckler. Wir haben doch schon so viel gesehen in unserem Leben. Da werden uns die Gespenster da nicht einschüchtern. Also sind sie neu ins Gruselkabinett. Erst hinhocken in so einen fahrbaren Gitterkäfig. Dann hat sie einen Rucker gemacht. Und schon waren sie unterwegs. Neu ins Darkroom. Eingekreische und Lichtgeblitze hat es gegeben. Zwischenein war einmal ein abgesichter Gummikopf. Und halt das Übliche, wie man es so schon kennt. So ein Plastikpuppen hat mit einer Schaumgummihacken er hier zwei draufgekaut. Dann ist es finster geworden. Und dann hat es einen Sprutz Wasser gegeben. Das haben sie beide abgerichtet. Der Karl-Heinz müsste mehrmals lachen. Aber sein Gunder war schneeweiß im Gesicht. Daran war die Gänsehaut aufgestanden. Und einen eiskalten Schauer hat sie über den Rücken gezogen. Ihre dritten Zeh haben auch gekloppert. Und der kalte Schwarz war ihr auf der Stirn gestanden. Erst als sie alle zwei draußen waren aus dem Horrorhaus, hat der Karl-Heinz nie mehr geschaut zu seiner Frau. Vorher hat er sie ja nicht sehen können, weil es ja so dunkel war. Wie er sie dann gesehen hat, ist der so dermaßen erschrocken, dass er einen lauten Pläger losgelassen hat und fast sein Herz stehen geblieben wäre. Sowas gruseliges war in der ganzen Geisterbahn nicht so finner gewesen. Leck mich am Arsch, bin ich jetzt erschrocken, sagt er zu seinem Schneckler. Wie geht es dir denn? Geht es dir nicht gut? Da ist die Gunder ausgestiegen und mit zittrigem Knie Richtung Bierzeit gelaufen und hat geschimpft. Nächstes Jahr kannst du ein Lado reingehen. Mich bringen da keine Zehpfer mehr rein. Der Karl-Heinz war noch immer unter Schock gestanden vor dem Gesicht seiner Frau. Und dann haben sie ein Maß Bier getrunken und ein paar Brotwärts gegessen. Ja und dann ging es aber auch schon wieder. Ja. 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 Ja.